1956 verabschiedet Präsident Eisenhower, der während des Krieges von der Pracht von Hitlers Autobahnen tief beeindruckt war, ein gewaltiges Programm zum Bau von Schnellstraßen. Eisenhower hat große Pläne. 70.000 Kilometer Interstate Highways werden für die wahnsinnige Summe von 50 Milliarden Dollar aus dem Boden gestampft. Vor dem amerikanischen Kongress wird diese finanzielle Ausschweifung mit Gründen der inneren Sicherheit gerechtfertigt. Man müsse 400 Militärbasen verkehrstechnisch erschließen und vor allem die amerikanische Industrie dezentralisieren, um sie im Falle eines sowjetischen Atomschlags widerstandsfähiger zu machen. Die UdSSR ihrerseits lässt die metallverarbeitenden Fabriken ihrer Rüstungsindustrie auf Hochtouren laufen und erzielt einen Welterfolg, indem sie den ersten Satelliten der Geschichte in den Orbit schießt. Alles in der Welt, du wisst, ist von Molkulieren. Und einige der größten, die formen versatilte Pläste. Like Alathon, Delrin, Lucite, Teflon. Hier ist das was wir hier. Oh, mein. Molekulieren. Molekulieren. There are classics in your toaster, in the blender and the clock, in the lamp and in the roaster, on the door and in the lock, in the washer and the dryer, and the garden tools you lend, in your music amplifier and electric fryer. In Europa macht das amerikanische Vorbild Schule. Die französische Gesellschaft tritt, wie ganz Westeuropa auch, der Kultur des Konsumismus bei, samt ihren Ikonen und Tempel, Supermarkt, Automobilsalon und Hausratsmesse. Der Massenkonsum befeuert das Wirtschaftswachstum und das noch stärkere des CO2-Ausstoßes. Die französische Gesellschaft Wie ist es den Vereinigten Staaten gelungen, in den Jahrzehnten nach dem Krieg ihren Lebensstandard auf ein solches Niveau zu heben und ganz Westeuropa der gleichen Dynamik zu unterwerfen? Um zu verstehen, was da geschehen ist, müssen wir wieder in die unmittelbare Nachkriegszeit zurückgehen. Zwischen 1939 und 1945 vervierfacht sich das amerikanische Bruttosozialprodukt. Während Europa bei Kriegsende in Trümmern liegt, verfügen die Vereinigten Staaten über gewaltige Devisenbestände. Sie produzieren und verbrauchen 60 Prozent der weltweiten Ölbestände, stellen 60 Prozent der weltweiten Industrieproduktion und verfügen über ein Drittel des weltweiten Bruttoinlandproduktes. Doch kann das von Dauer sein? Anfang der 50er Jahre beklagen zwei Spitzen der Naturforschung, William Vogt und Fairfield Osborne, in zwei Büchern mit über 20 Millionen Auflage eine übermäßige Ausbeutung der Vereinigten Staaten und in noch größerem Maße der gesamten Erde, die so nicht weitergehen könne. Die beiden Forscher rufen die Menschheit dazu auf, ihren Kampf gegen die Natur zu beenden. Sie fordern eine Begrenzung des Verbrauchs der natürlichen Ressourcen der Erde. Doch mitten im Kalten Krieg halten die militärischen, ökonomischen und politischen Eliten Amerikas eine solche Mäßigung für nicht vereinbar mit dem Wettlauf gegen den kommunistischen Block. 1951 nimmt Präsident Truman die Sache in die Hand. Er bestellt einen Bericht bei einem Parlamentsausschuss unter der Leitung von William Samuel Paley, einem Medien- und Geschäftsmann. Truman will, dass der Ausschuss darüber nachdenkt, wie man Amerika auf Dauer mit Rohstoffen versorgen kann. Nachdem er mehrere Monate lang getagt hat, schlägt der Paley-Ausschuss vor, die Ressourcen der ganzen Welt auszubeuten, um den Westen zu sichern und zugleich die amerikanischen Ressourcen für die Zukunft zu schützen. Die Warnungen der Naturforscher werden weggewischt. Das Wachstum muss weitergehen, koste es, was es wolle. Die Vereinigten Staaten müssen von ihrem Status als Exporteur in den eines Importeurs von Rohstoffen und Energie wechseln. Und dieser Wechsel wird schrittweise vollzogen. Nachdem sie während des Krieges auf der ganzen Welt am Bau von Militärbasen beteiligt waren, sorgen sie nun für den Bau von Erdölanlagen, von Pipelines, Staudämmen, Raffinerien, Minen, Zement, Dünger, Pestizid und Lebensmittelfabriken. Zwischen 1945 und 1965 tätigen amerikanische Unternehmen allein 85 Prozent aller neuen Investitionen weltweit. Schon seit langem kontrollieren die kapitalistischen Industrienationen zahlreiche Ressourcen in Asien, Afrika, Amerika und dem Mittleren Osten. Europa hat bereits maßlos von seinen Kolonien profitiert. Doch nun, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und des Fortschrittswettlaufs, erreicht die Ausbeutung der südlichen Länder ein neues Niveau. Die Vereinigten Staaten und Westeuropa beziehen immer massiver Rohstoffe aus dem Rest der Welt. Uranium, Aluminium, Erdöl, Holz, Agrarprodukte. Bei dieser Flucht nach vorn muss auch der Ostblock mobil machen. Die während des Krieges getätigten Investitionen in die Schwer- und die Rüstungsindustrie gehen weiter. Die UdSSR beutet ihr Land und seine Rohstoffe intensiv aus. Ein produktivistischer Überschwang, der nach und nach in die bekannten ökologischen Katastrophen mündet. Austrocknung des Aralsees, Verschmutzung durch Kohle, radioaktive Verseuchung des eigenen Landes. Der Rest der Welt ist das Jagdgebiet des Westens. Im Lauf der Jahrzehnte werden die Rohstoffvorräte Afrikas, des Mittleren Ostens und Lateinamerikas buchstäblich leergeräumt. Zum Profit der westlichen Länder, deren Lebenskomfort unaufhörlich steigt. Die massive Ausbeutung der Rohstoffe der armen Länder senkt deren Lebensstandard und führt zu immer mehr Umweltschäden, zu Abfällen aus Bergbau und Erdölförderung und zu Entwaldung. Heute nennt man das ungleicher ökologischer Austausch. In den reichen Ländern wird konsumiert, die armen Länder werden ausgebeutet und verschmutzt. Musik Der Übergang der Welt ins Anthropozän hat sich nicht nur über dem Land, den Fortschritt der Rüstungsindustrie, über die zivilen Absatzmärkte oder die Ausbeutung der armen Länder ereignet, sondern auch auf dem Gebiet der Landwirtschaft. Musik Musik